So, herzlich willkommen zurück zu Lesbian Metal Prime, aber nicht mal jetzt ernsthaft. Wir können jetzt einige Items holen, das sollte natürlich nicht passieren. Ihr Mistviecher! Ah, ja, cool. Aber zuerst mal werden wir jetzt in den Tempel vom dunklen Turbos marschieren und dort den zweiten Tempelwächtern ein bisschen was auf den Batz hauen. Wobei mir genau das ein bisschen Sorgen beratet, weil ich meine mich zu erinnern, dass ich das erste Mal, wo ich gegen diesen Wächter gekämpft hatte, mehr Energy hatte. So, wo muss ich jetzt Landverfix nochmal? Ja, da. Geschafft. Okay. Das ist gleich wieder jegliche Viecher am Start. Wo ist ich da? BAMS! Okay. Muss wieder Light Beam. Action. Und da müssten wieder Weltraumpiraten sein dahinter. Natürlich. Bei uns ab in den hellen Äther. Und jetzt schnappen wir uns dieses... Das ist jetzt ein Schlüssel. Indem wir erstmal nach oben gehen. So, jetzt können wir aber... Ich weiß zwar nicht, was das genau bringt. Aber wir können jetzt mit Grapple Beam ein wenig darüber cheaten. Cool, ne? Müssen wir jetzt nicht mehr so einen Umweg machen. Ui, Ups. Okay. BAMS! 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 Martin? Ist mir jetzt sowas von egal. Ist mir jetzt auch sowas von egal. Egal. Ewiges Gefühl. Okay. Hier haben wir ja wieder Möglichkeit für Gravity Boost. Ui. Okay. Gigi. Habe ich euch schon gescannt? Ja, habe ich ja seit 100%. So, jetzt müssen wir da drinnen hin. Ja, Super Samus. Super Samus. Das wäre doch mal was. Super Samus Land. Super Samus World. Anstatt Super Mario Land. Super Samus Land. Bäh! Ist jetzt sowas von egal. Voll logisch. Mein Beam kann durch, aber ich nicht. Egal. Ja. So, wie geht's jetzt hier. Wo sind jetzt da hin? Wo waren wir? Ich glaube hier ein Vergift im Sumpf war. Aber das kann es nicht... Da, die werden es auf jeden Fall... Das heißt, wir müssen... ...können. Theoretisch. Eieiei. Eieiei. Ähm. So. Ah, okay, wir gehen jetzt mal darüber. Fest! Leute, ich habe keine Lust hier jetzt auf euch. Was ist das? Denz, Junge. Merf mich. Ja, geh weg! Da ist irgendeiner! Ja, sag ich doch! Ja, du werf mich mit irgendeinen Blick! Aber... Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Mach jetzt diese formale Deite Tür auf, oder ich hau dir sowas in die Fressen rein, dass ich nicht mehr weiß, ob du... wie du heißt. Ich freu mich schon drauf, wenn ich endlich einen neuen Visor habe, mit euch Mist-Kreaturen verfolgen kann. So wie ich es mir den Schozo-Geistern gemacht habe. Nur, die Schozo-Geister waren nicht so schlimm wie ihr. Der Nächste, der mir auf die Linse kommt, kriegt Lightbeam in die Kleine. Okay, der eine brennt schon mal. Ich nehme jetzt Darkbeam. Samus, du bist doof. Ja... Warum hab ich eigentlich nicht schon gleich vorher zu bringen? Weil ich mir die ganze Harmonie sparen kann. Mega-Fail! Okay, jetzt ist hier irgendwo, glaube ich, Gravel-Beam, genau. So, jetzt kann ich da... Anthony... Nicht? Das ist doch was. Natürlich, da ist doch Missile. Samus... Was machst du? Ja, du bist doof! Sau doof! Komm raus, du Marin! Boah, ich hasse sowas wie... Ich krieg da immer so meine Aggressionen von. Wenn irgendwas überhaupt nicht klappt, so wie ich mir das vorstelle. Also, da dürft ihr euch nicht wundern, wenn ich mich mal im Ton vergreife. Geh hoch jetzt! Und du ewiges Drecksdinge lässt mir meine Ruhe. Okay, daneben. Nein, Samus! Mach ich das mal knapp. Ich hol mir diese... Würde müssen. Das ist mir jetzt egal, ich hole die Müller. So, BAM! Meins! So, muss gut! So, jetzt haben wir schon 60. So, Lüdele! Genau, jetzt müssen wir hier, hier... ... ... ... Was? Wollt ihr alle? Halt dein Maul da unten. Mist, wie? Hier. Wenn ich in dunklen Älter bin, will ich in den hellen Älter, und wenn ich in hellen Älter bin, will ich in den dunklen Älteren. Das ist eine Katastrophe, was ich nenne. Wir machen ihn kurz kurz. Bis gleich.